Das sind die Darsteller der neuen Harry Potter Serie von HBO. Seit einigen Tagen gehen Gerüchte und angebliche Leaks im Internet viral, die uns weismachen wollen, dass der Cast der neuen Harry Potter Serie tatsächlich bereits entschieden worden sein soll. Zumindest ein großer Teil davon. Doch nicht nur das. Auch ein angeblich neues Harry Potter Franchise Logo soll den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Doch was hat es wirklich damit auf sich? Sind diese Informationen tatsächlich echt oder doch nur Fake News? Und sofern sie wirklich echt sind, was besagen sie im Genauen? Mit all diesen und noch vielen weiteren Fragen habe ich mich ausführlich auseinandergesetzt und präsentiere euch nun all meine Erkenntnisse, die, so viel sei gesagt, sehr, sehr spannend sind. Von daher bleibt unbedingt dran und viel Spaß mit diesem Video. Aufgekommen sind besagte Gerüchte vor wenigen Tagen, genauer dem 29. September über eine Facebook-Seite, die, so möchte man meinen, eigentlich gar nichts mit dem Harry Potter Franchise am Hut hat. Die Facebook-Seite namens RuPaul's Drag Race Family postete ein Bild des angeblichen neuen Franchise-Logos, sowie einige sehr brisante Informationen, darunter auch, wann die Serie starten soll, wie viele Folgen es pro Staffel geben soll und welche Darsteller für die wichtigsten Rollen der Serie gecastet wurden. Ja, auch die Rollen von Harry, Ron und Hermine. Dieser Post ging, auch im Verhältnis zu anderen Posts der Seite, extrem viral und zählt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon über 79.000 Likes und fast 20.000 Kommentare. Doch was wird dort jetzt im Genauen behauptet? Nun, laut diesen angeblichen Leaks ist die Serie fest geplant für Herbst 2026, sprich einem Zeitraum, den viele von uns schon vermutet haben, nachdem offizielle Aussagen der Verantwortlichen bereits ein Release im Jahr 2026 angekündigt hatten. Da die Dreharbeiten erst Anfang 2025 stattfinden sollen, ist ein Release der ersten Staffel sowieso erst ab Herbst 2026 realistisch, womit dieser Leak zumindest nicht komplett unrealistisch wäre. Doch schauen wir weiter. Der Leak gibt außerdem an, dass pro Staffel insgesamt zehn Folgen enthalten sein sollen, womit auch diese Angabe unseren Vermutungen vorab entspricht und damit zumindest auch realistisch erscheint. Und das hier soll im Übrigen das neue Harry Potter Franchise Logo sein. Was ich davon halte? Nun, dazu gleich mehr. Vorher will ich mit euch aber schauen, was hinter diesem Leak stecken soll, denn ja, aktuell kann man es tatsächlich nur einen Leak nennen, da keine offizielle Seite, sprich weder HBO noch Warner Bros, dieses Logo öffentlich geteilt haben. Auch ich habe es zu Beginn als eines von so so vielen Fan-Edits abgehakt und zu den Akten gelegt, bis mir aufgefallen ist, dass dieses Logo von einigen etablierten Harry Potter-Seiten geteilt und als neues Logo definiert wurde. Fan-Seiten mit Hunderttausenden von Abonnenten wie beispielsweise Wizard Z-World. Sie alle stellen mit keiner Silbe die Echtheit des Logos in Frage, was natürlich nicht als Beweis für seine Echtheit gewertet werden kann, aber doch schon ein auffälliges Indiz darstellt, dass da womöglich mehr hinterstecken könnte. Wirklich offiziell bestätigt ist es aber zum aktuellen Zeitpunkt definitiv nicht und sollte somit trotzdem mit Vorsicht genossen werden. Solch aussagekräftige Leaks gab es in der Vergangenheit der Wizarding World häufiger. Erinnert euch beispielsweise an die Vorabveröffentlichung des gesamten Drehbuchs von Fantastic Beasts 3, welches sich im Nachhinein tatsächlich als echtes Drehbuch herausgestellt hat. Und wenn solche Sachen den Weg in die Öffentlichkeit finden, dann auch die Infos, die wir jetzt heute hier behandeln. Durch die Tatsache, dass die neue Harry Potter-Serie ein großes mediales Interesse innerhalb der Popkultur einnehmen wird, gibt es natürlich ebenso großes Interesse, einige Details vor der offiziellen Veröffentlichung zu liegen. Und da bei so einer Serie sehr viele Menschen beteiligt sind, ist die Gefahr, dass etwas nach außen gerät und als Insider-Info teuer verkauft wird, stets sehr groß. Es gäbe also genug Gründe und Möglichkeiten, wieso wir solch brisante Informationen zuerst auf solchen inoffiziellen Wegen erfahren und wieso diese nicht immer Humbug sein müssen. Meine Einschätzung zum angeblichen neuen Logo des Harry Potter-Franchise ist gemischt, was wohl nicht zuletzt daran liegt, dass wir immer noch sehr ans alte Logo gewöhnt sind und dieses natürlich auch sehr markant für das Franchise steht. Das neue Logo sieht sehr viel schlichter aus. Harry Potter steht als voller Name nicht mehr nebeneinander, sondern wurde in zwei Zeilen aufgeteilt, wobei der Name Potter nochmal größer dargestellt wurde als der Vorname Harry. Auch wenn es hierbei, wie gesagt, nicht so viel zu sehen gibt aufgrund der Schlichtheit, finde ich interessant, dass im Logo Harrys, ich sag mal, Buchblitz umgesetzt wurde und nicht sein Filmblitz, welcher bekanntlich weniger Zacken aufweist. Eine diskrete Andeutung, dass sich die Serie mehr an den Büchern orientiert? Gut möglich. Was haltet ihr vom, ich sag's nochmal, angeblichen neuen Logo? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne mal in die Kommentare. Doch kommen wir nun zu den wohl größten und spannendsten Neuigkeiten, die dieser Leak für uns bereithält. Der Cast. Laut dem Leak soll die für einen Oscar-nominierte britische Schauspielerin Leslie Manville bereits ihren Vertrag unterschrieben haben, welcher sie als neue Minerva McGonagall für die Harry Potter-Serie verpflichtet. Oscar-Preisträger Peter Capaldi soll als neuer Albus Dumbledore an ihrer Seite stehen. Christian Nern, der uns allen als Hodor aus Game of Thrones bekannt sein sollte, soll laut Leak den sanften Halbriesen Rubius Hagrid spielen, was definitiv seiner Rolle in Game of Thrones entspricht. Die in Staffel 1 besonders wichtige Rolle des Professor Crowells soll wohl vom britischen Darsteller Angus Imry verkörpert werden. Severus Snape soll von Edward Blümel gespielt werden, was schon mal andeutet, dass diese Rolle, sollten die Leaks wahr sein, tatsächlich von einem deutlich jüngeren Darsteller gespielt wird, als es bei Alan Rickmans Version der Fall war. Edward Blümel wurde 1993 geboren und ist damit aktuell 31 Jahre alt und entspricht in Sachen Alter sehr explizit der Buchversion. Tante Petunia soll von Lucy David gespielt werden, wobei ich über sie keine Informationen finden konnte. Möglich also, dass die Dame noch keine Schauspielerfahrung hat oder schlichtweg sehr unterm Radar schwebt. Doch die Highlight-Besetzungen sind wohl ohne Zweifel die des Goldenen Trios und ja, auch die des Dunklen Lords selbst. Auch diese wurden im besagten Post angeblich geleakt. Atmet also noch einmal tief durch und hört genau her. Laut Leak soll der Dunkle Lord Voldemort von niemand Geringerem als Jamie Campbell Bower verkörpert werden, welcher in Fantastic Beasts bereits den jungen Gellert Grindelwald verkörperte. Eine extrem spannende Besetzung sollten die Gerüchte stimmen und vermutlich auch eine Besetzung, die bei vielen hier für Freude sorgen dürfte. Ich selbst wäre im Übrigen auch zufrieden, auch wenn ich Cillian Murphy doch noch etwas mehr bevorzugen würde. Nun aber zum goldenen Trio. Ron Weasley soll laut Leak vom britischen Kinderschauspieler Joshua Pickering verkörpert werden, der bereits aus dem Film Peter Pan und Wendy manch einem bekannt sein dürfte. Harry Potter selbst soll von Toby Wolfe gespielt werden und Hermine Granger, der wohl kontroverseste Charakter, was die Besetzung anbelangt, soll von Bronte Carmichael gespielt werden, die manch einer hier aus der Disney-Real-Verfilmung von Christopher Robin kennen könnte. Sollte also wirklich etwas an diesem Leak dran sein, so wäre zumindest schon einmal sicher, dass die Befürchtung vieler, der Cars könne zu woke werden, nicht wirklich stattfindet. Ich persönlich fände diese Besetzung sogar ziemlich gut, auch wenn mir natürlich die Referenz in Sachen Schauspielfähigkeiten bei manch einem davon fehlt und ich demzufolge nur nach optischen Aspekten bewerten kann. Gegen diesen Cast spricht jedoch die Tatsache, dass nach wie vor Kinderdarsteller fürs goldene Trio gecastet werden. Die Bewerbungsfrist läuft sogar noch bis zum 31. Oktober. Möglich ist vielleicht, dass die drei Darsteller des goldenen Trios bereits zur engsten Auswahl gehören und sich die Verantwortlichen einfach aus bloßen Sorgfaltsgründen nochmal weiter umschauen wollen. Oder eventuell ist die Entscheidung der gerade genannten Darsteller auch erst vor sehr kurzer Zeit final gefällt worden, nachdem der Casting-Aufruf veröffentlicht wurde. Für mich persönlich spricht der Casting-Aufruf nicht komplett gegen den Leak, lässt allerdings doch noch viel Zweifel im Raum, ob wir hier wirklich die wahren Informationen erhalten haben oder nicht. Aber mal abwarten. Sofern dieser Cast bis dahin also wirklich offiziell bestätigt würde, wäre ich sehr erleichtert und würde mich tatsächlich über den Cast freuen. Denn ich meine klar, es sind nicht Alan Rickman, Robbie Coltrane, Danny Redcliffe oder Emma Watson, aber immerhin sehr passende Darsteller, wenn es um die Buchvorlage geht. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal die Daumen, dass der Cast genauso bestätigt wird, wie er hier gerade genannt wurde. Doch das ist natürlich nur meine Meinung, deswegen lass mich deine dazu unbedingt in den Kommentaren wissen. Was hältst du von den einzelnen Besetzungen? Und wie treffsicher findest du insbesondere die Rollen Voldemort, Harry, Ron und Hermine gecastet? Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Abschließend möchte ich noch einmal ganz deutlich betonen, dass all die hier aufgeführten Informationen Teil eines inoffiziellen und nicht bestätigten Leaks sind, weshalb alle Informationen mit großer Vorsicht behandelt werden sollten. Sie zu verbreiten, finde ich nicht schlimm, solange man klar und deutlich anmerkt, dass es keine offiziellen Infos sind. Aber wie vorhin schon gesagt, waren solche Leaks nicht selten dann doch wahr, weshalb ich euch diese nicht vorenthalten wollte. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich bin wahnsinnig gespannt auf all eure Meinungen unten in den Kommentaren und würde mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du absolut gar keine Infos mehr zu Wizarding World und zur neuen Harry Potter Serie verpassen willst, solltest du meinen Kanal unbedingt abonnieren. So bleibst du immer auf dem Laufenden. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Tschau Leute.